Willkommen zurück bei den Panzerknackern. So Freunde, wollen wir mal gucken, wie wir hier das Schloss aufbekommen? Alles gut. Ich frage mal. Wo kriege ich denn jetzt so einen scheiß Schraubendreher her? Okay, okay. Das war ein schlauer Tipp. Mach ich mal. Ganz unauffällig, geh ich mal raus hier. Oh mein Gott. Ja, mach klar die alte. So, jetzt ist es wieder hell oder was? Vielleicht kann die Tante ihn ja ablenken. Hm. Hm. Die muss mir noch helfen. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. Mann, jetzt gib mal keine schlauen Tipps und hilf mir. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think, your friend over there has another agenda. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Mensch, Uschi, kannst du nicht mal hier rappert's ab? Hey, I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Okay. Hier ist wohl auch nix. Heubeilen angucken ist auch scheiße. Da geht auch nix. Hier drüben könnte ja zumindest schon mal ein Schraubendreher drin sein. Na, geht doch. Jetzt muss ich aber immer noch den Typen ablenken. Ah, ja. Schalt aus das Teil. Dann kommt der Kollege bestimmt. Ich weiß nicht. So, jetzt schnell in die Scheune. Der Typ kommt raus. Na, perfekt. Na, das hat's ja jetzt gebracht. Okay. So, wir wollen härtere Maßnahmen ergreifen hier. Huch. Ja, dann machst du aus. Ach, dann kommt der andere Kollege. Jetzt aber schnell. So, schwupp. Durchschneiden das Ding. Mensch, so ein Pech. Gehen wir mal ganz unauffällig vorbei an ihm. Ganz unauffällig in die Scheune. Man kann doch auch schnell unauffällig gehen. So, jetzt komm. Schraub ab das Ding. Ich will wissen, was da drin ist. Das gibt's doch nicht. Na also, jetzt komm. Jetzt muss ich mir doch nicht wirklich jede Schraube angucken. Oh, Mann. Ist auch nur, um die Spannung zu erhöhen. Da, da, da. Oh. 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 Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Das ist ja auch ein Psycho. Oh, Mensch. So einfach ist die Lösung. Es wäre ja zu einfach. Oh, Brenda, du bist ein Angel. Oh, Mann. Entschuldigung, Messer. Wir mussten die Rückseite blocken, nachdem ein Walker auf die Strasse kam. Nichts Wollt. Das war ein bisschen vorhin, und es ist noch nicht wieder in der Mitte. Everybody sitz da. Jetzt gehen wir das Essen. Ja, Mutti. So, was haben wir denn hier? Ja. Ey. Scheiße. Ja, später vielleicht. Hm. Dann ab nach oben. Trau dich. Geh mal. Liegt da noch ein Kabel? Ah. Somewhere hier. Nix. Hm. What do they need so much morphine for? Vielen Dank.